Ich bemerke das und finde das selber immer wieder abgefahren, dass ich zum Beispiel zu Beginn eines Prozesses genauso ringe für einen stimmigen, hilfreichen Glaubenssatz wie meine Klienten und zwischendurch auch auf dem Schlauch stehe. Willkommen in der Coaching-Oase Hartify. Ich bin Katrin, Katrin Stamm von hartify.live und zeige dir als Ausbilderin, Coach und Trainerin, wie du es dir leichter machst, anderen zu helfen. Schluss mit intuitiven Coaching ohne System und her mit einer soliden Basis und einem erprobten, vielfältig anwendbaren System. Lehn dich zurück, genieß die kleine Auszeit und lerne, wie du deine Klienten entspannt, wirksam und nachhaltig begleitest. Selbstcoaching mit EMDR. Willkommen zu Folge 82 in der Coaching-Oase Hartify. In dieser Folge beantworte ich die Frage, kann ich EMDR auch für mich selbst anwenden? Das ist nämlich eine der Fragen, die mir von Podcast-Hörern bzw. Blog-Lesern gestellt wurden. Denn nicht nur für uns als Coaches ist Selbstcoaching eine wunderbare Möglichkeit, um das Leben im Alltag zu erleichtern, sondern natürlich auch noch für andere. Wobei, nun ja, du erfährst heute, was Selbstcoaching grundsätzlich kann und was nicht. Ich stelle dir kurz fünf Selbstcoaching-Methoden jenseits von EMDR vor, warum du beim Selbstcoaching mit EMDR achtsam und wertschätzend mit dir selbst sein solltest und praktische Tipps zum Vorgehen beim Selbstcoaching mit EMDR. Los geht's! Die Frage nach dem Selbstcoaching mit EMDR hat es in sich und meine Antwort darauf ist komplexer, als du es vielleicht erwartet hättest. Beginnen wir damit, was zeichnet überhaupt eine Selbstcoaching-Methode aus? Ganz klar, Selbstcoaching ist nicht für Therapie gedacht. Du kannst dich mit Selbstcoaching selber unterstützen. Du kannst deine Sichtweise auf ein Geschehen oder eine Person verändern und damit wieder etwas gelassener werden. Du kannst dich wieder ins Gleichgewicht bringen, wenn dich irgendetwas aus der Bahn geworfen hat. Du kannst Lösungen besser finden und Klarheit zu einem Thema oder einer Frage gewinnen. Im Grunde genommen ist Selbstcoaching eine gute Möglichkeit, deine Resilienz zu stärken. Und du weißt ja, Resilienz ist deine Fähigkeit, dich wieder ins Gleichgewicht zu bringen und deine Widerstandsfähigkeit zu mehren. Also eine Art Unterstützung gesunder Selbstregulation. Und damit ist auch klar, was die Voraussetzungen sind, nämlich die Fähigkeit zu gesunder Selbstregulation ist prinzipiell da. Vielleicht ist sie aktuell ein bisschen in den Hintergrund geraten. Du bist durch die Krise nicht so aus der Bahn geworfen, dass du praktisch kaum noch Zugriff auf deine Ressourcen hast. Du bist natürlich nicht psychisch krank und du hast auch abgeklärt, dass deine Schwierigkeiten nicht körperliche Ursachen haben. Zum Beispiel eine Nervenentzündung, eine Stoffwechselstörung und so weiter und so fort. Also immer dann, wenn Therapie empfohlen wäre, kannst du mit Selbstcoaching natürlich auch nur begrenzt etwas bewirken. Ich stelle dir jetzt hier einige bekannte Methoden vor, die auch tatsächlich direkt für Selbstcoaching entwickelt wurden. Es gibt nämlich einige Methoden, die von Anfang an als Selbsthilfe für Selbstcoaching gedacht waren. Sie waren ausdrücklich nicht für Therapie entwickelt. Daher sind sie auch besonders gut für Selbstcoaching geeignet. Und ich nenne dir jetzt hier einige Beispiele, die ich gut kennengelernt habe und die ich teilweise auch gelegentlich für mich selbst nutze. So hat zum Beispiel Byron Katie mit den vier Fragen von The Work zunächst ein Selbstcoaching-Tool entwickelt. Auch wenn es Coaches und Trainer für The Work gibt, kannst du ihre vier Fragen wunderbar zum Selbstcoaching nutzen. Ich verlinke dir gerne die Seite, wo du ihr kostenloses Arbeitsmaterial downloaden kannst. Als zweites möchte ich hier Colin Tipping erwähnen. Er hat mit den vier Schritten zur Vergebung und die Arbeitsblätter, die er veröffentlicht hat in seinen Büchern »Radikale Vergebung«, »Selbstvergebung« und »Radikale Manifestation«, wundervolle Selbstcoaching-Tools entwickelt. Wo du diese Tools dir downloaden kannst, verlinke ich in den Shownotes. Dann gibt es die verschiedenen Klopfmethoden, die sich auch für Selbstcoaching eignen. Und so ist zum Beispiel MET, Meridian-Energie-Technik, nach Dr. Rainer und Regina Franke extra für Selbstcoaching entwickelt. Das EFT, Emotional Freedom Technique des Amerikaners Gary Craig, ist dann schon, soweit ich weiß, eher für Coaching und auch therapeutische Zwecke entwickelt worden. Und wenn ich da richtig informiert wurde, haben die Frankes das MET als Selbstcoaching-Methode aus dem EFT entwickelt. Ich verlinke dir das Buch »Sorgenfrei in Minuten« von Rainer Franke, wo du diese Technik dann genauer kennenlernen kannst, falls du sie nicht ohnehin schon kennst und anwendest. Diese Klopftechniken kreuzen zu Beginn meiner Coaching- und Heilpraktiker-Karriere meinen Weg. Und ich fand sie spannend, habe aber nicht so den richtigen Zugang in der Tiefe dazu bekommen. Was ich jedoch wirklich gerne ins EMDR einfließen lasse, ist die gelegentliche Einbeziehung bei hilfreichen Sätzen des Zusatzes »obwohl« oder »auch wenn«. Also das habe ich vom EFT wirklich mitgenommen. Zum Beispiel »Ich bin gut, so wie ich bin, auch wenn ich nicht alles perfekt mache.« Oder »Ich lerne mehr und mehr, meine Grenzen zu verteidigen, obwohl ich mich noch unwohl fühle dabei.« Diese »obwohl« und »auch wenn« Sätze sind eine wunderbare Möglichkeit, eben solche Unbehaglichkeiten, die Neues ja nun tatsächlich auch bei uns allen erstmal noch auslöst, mit zu integrieren und dennoch mit hilfreichen Sätzen arbeiten zu können. Ich habe oft schon erlebt, wie erleichternd das ist und wie stimmig dann auch so ein hilfreicher Satz schlagartig wurde durch diesen kleinen Zusatz. Dieses »obwohl« oder »auch wenn« löst sich dann auch auf und wird zu einem Selbstverständnis, dass wir eben nicht perfekt sein müssen, dass wir auch noch Zweifel oder Angst haben dürfen. Das gehört einfach zum Leben dazu. Also ein wertvolles Takeaway aus dem EFT. Dann als viertes genial geeignet sind auch die Schritte der gewaltfreien Kommunikation für Beziehungsthemen oder Kommunikationsthemen. Und an dieser Stelle empfehle ich dann das Buch »Gewaltfreie Kommunikation« von Marshall Rosenberg. Da werden sie gründlich beschrieben und ja, damit kann man natürlich auch hervorragend Dinge für sich klären, was Beziehungen und Kommunikation betrifft. Natürlich nicht zu vergessen die vier Hattify-Schritte zur Lösungsfindung und für innere Klarheit aus dem Herzen. Auch die kannst du dir downloaden. Ich habe sie ja extra entwickelt für Selbstcoaching und den Link zum Download findest du ebenfalls in den Shownotes. Ich setze die vier Schritte für mich selber immer wieder ein, vor allen Dingen, wenn es für mich um eine Klarheit geht in Bezug auf eine Entscheidung, wenn ich noch ein bisschen im Dunkeln tappe in Bezug auf einen Weg, den ich einschlagen möchte oder auch zum Erkennen von ersten Schwierigkeiten und ja, einen Ansatz, sie aufzulösen. Die Liste der für Selbstcoaching entwickelten Methoden, die lässt sich natürlich ergänzen und verlängern. Und wenn du magst, kannst du auch gerne im Kommentar deinen Lieblingstipp für Selbstcoaching teilen. Ich bin ja immer neugierig und lerne auch gerne noch dazu oder auch was Neues kennen. Kommen wir jetzt zum Selbstcoaching mit EMDR. Ja, jetzt haben wir ja schon mal so dieses Thema Selbstcoaching ein bisschen näher unter die Lupe genommen. Und wie du weißt, ist EMDR in der Psychotherapie, also auch als Therapie von Francine Shapiro in den 80er Jahren entwickelt worden. Zunächst für Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen und Ängsten. Später wurden ja viele weitere zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten entdeckt und es dauerte ja nicht lange, da hat EMDR dann auch den Coaching-Sektor erobert. So kam das EMDR-Coaching nach Deutschland durch das Ehepaar Besser Siegmund. Das haben sie übrigens später mit kinesiologischen und NLP-Elementen vermischt und auch sehr erfolgreich vermarktet. Ja, EMDR ist prinzipiell auch für Selbstcoaching geeignet. Es gibt aber aus meiner Sicht ein großes Aber. Die meisten Kollegen denken, ach, EMDR ist ja diese Winke-Technik. Einfach Probleme wegdenken. Wie kann denn das? Und darauf antworte ich, ja, EMDR ist einfach, wenn man weiß, was, wann, wie und unter welcher Bedingung zu tun oder zu lassen ist. Und da geht es dann natürlich auch schon los. EMDR ist ein geniales Gesamtkonzept. Und da einfach nur das Problem zu denken oder das unangenehme Gefühl zu fühlen und zu winken, reicht leider meistens nicht. Es kann sogar noch schlimmer werden, wenn keine gute Vorbereitung stattgefunden hat. Das ist wie in der Landwirtschaft. Klar kannst du den Samen irgendwo hin auf einen trockenen Acker schmeißen und hoffen, dass etwas wächst. Wenn du Glück hast und es regnet gemäßigt, werden die Samen nicht weggeschwemmt, können vielleicht sogar einsinken und Feuchtigkeit aufsaugen. Und wenn dann noch das rechte Maß an Sonne und Feuchtigkeit da ist, dann kann es etwas werden. Und wenn nicht, dann gehen die Samen erst gar nicht auf oder die kleinen Pflänzchen verkümmern. Der Landwirt weiß genau, wie er den Boden vorbereitet, wann, wie er das Saatgut aufbringt und für welche Bedingungen er für die zarten Pflänzchen sorgen muss, damit es was wird mit der Ernte. Und mit EMDR ist es nicht anders. Du brauchst eine gute Vorbereitung, zum Beispiel die Bereitstellung von Ressourcen. Und es gibt im eigenen Leben Situationen, da ist vielleicht gerade wenig Zeit und Raum und Kraft da. Bei Klienten würdest du an dieser Stelle kein EMDR machen, denn die Kapazitäten sind nicht da. Und das Gleiche gilt beim Selbstcoaching mit EMDR. Ein gewisses Maß an Zeit, Raum und Kraft ist Voraussetzung. Die Zugriffsmöglichkeit auf Ressourcen ist enorm wichtig, damit auch beim Selbstcoaching der Prozess leicht und angenehm verläuft. Und deswegen bekommst du hier einige praktische Tipps zu Selbstcoaching mit EMDR. Also, aus meiner Sicht gilt, ja, du kannst mit EMDR Selbstcoaching machen, solltest dich jedoch genauso achtsam begleiten wie deine Klienten. Das solltest du dir wert sein. Du solltest dir wert sein, dir individuell zugeschnittene Ressourcenarbeit vorher zu gönnen, so wie du es in der EMDR-Coach-Ausbildung bei mir gelernt hast. Wenn du dich selbst mit EMDR-Coaching unterstützt in einem Thema, dann kalkuliere dafür auch 60 bis 90 Minuten ein. Klar musst du keine Anamnese mit dir machen. Die Reorientierungs- und Stabilisierungstechniken, die kennst du ja bereits, weil du sie regelmäßig deinen Klienten vermittelst. Hast du ja in meiner Ausbildung gelernt. Und dann kommt, wie bei deinen Klienten, zuerst die Aktivierung deiner Ressourcen. Du rufst sie dir der Reihe nach in Erinnerung, testest, welche am besten heute funktioniert. Vielleicht spürst du auch, dass du für dein Thema eine neue Ressource brauchst. Und diesen Teil darfst du auf keinen Fall schlabbern. Das geht nicht darum, schnell, schnell, schnell zu machen. Auch du verdienst im Selbstcoaching einen angenehmen, leichten und zügigen Lösungsprozess. Und das erreichst du nun mal am besten mit der Aktivierung deiner Ressourcen vor der Verarbeitung. Danach kommt der assoziative Prozess zum Thema Bewertung, Verarbeitung und so weiter. Also alle Schritte des EMDR, alle acht Schritte, die du übrigens nachlesen kannst im Blog. Ich verlinke dir den auch in den Shownotes, wenn du diese acht Phasen dir nochmal in Erinnerung rufen möchtest. Dann empfehle ich dir, auf deinen Arbeitsblättern mitzuschreiben wie bei deinen Klienten. Denn vor allem, wenn du selber im Prozess bist, wirst du dich sonst an deine Bewertung oder auch vielleicht an wichtige Sätze, die du zwischendurch gebildet hast, die dir einfach im Rahmen der Vorbereitung oder Verarbeitung aufgetaucht sind, nicht mehr erinnern gegen Ende. Und außerdem kannst du dich später dann nochmal selber überprüfen. Das ist ja die Phase 8 des EMDR, um zu schauen, ob deine Lösung, deine Verarbeitung auch stabil geblieben ist. Alle wichtigen Elemente und Details hast du ja in deiner EMDR-Coach-Ausbildung gelernt und verinnerlicht. Und du behandelst dich wirklich mit der gleichen Achtsamkeit und Wertschätzung wie deine Klienten. Das verdienst du. Das heißt, du nimmst dir den Zeit und den Raum für dein Selbstcoaching. Übrigens ist es ja fast noch eine bessere Idee, dich mit einer Kollegin, die du zum Beispiel in der Ausbildung kennengelernt und mit ihr schon zusammengearbeitet hast, vielleicht sogar im Nachhinein ihr euch noch weitertrefft, dass ihr bei so einer Gelegenheit euch im Austausch gegenseitig unterstützt. Oder dass du dir einfach eine Coachingstunde bei einer Kollegin gönnst. Denn manchmal ist ein Blick und eine Anregung von außen Gold wert. Schließlich bist du in deinem eigenen Prozess manchmal genauso verfangen wie deine Klienten. Jedenfalls ist das bei mir so. Ich bemerke das und finde das selber immer wieder abgefahren, dass ich zum Beispiel zu Beginn eines Prozesses genauso ringe für einen stimmigen, hilfreichen Glaubenssatz wie meine Klienten und zwischendurch auch auf dem Schlauch stehe. Und an so einer Stelle ist natürlich ein Impuls von außen Gold wert. Das Fazit zum Selbstcoaching mit EMDR Für deine eigene Psychohygiene kann ich Selbstcoaching sehr empfehlen. Mit einer Methode deiner Wahl. Geeignete Tools dazu sind zum Beispiel The Work, die Tipping-Methode, MET, GFK, die vier HT-Fallschritte oder was dir sonst noch hilfreich ist. EMDR ist für Selbstcoaching wunderbar geeignet unter der Maßgabe, dass du genauso sorgfältig mit dir umgehst dabei wie mit deinen Klienten. Dazu gehört insbesondere die Ressourcenarbeit. Übrigens genügt mir oft, die von mir im EMDR erarbeiteten individuellen Ressourcen zu aktivieren oder eine neue Ressource passend zum Thema zu finden und mit EMDR zu verstärken. Ich beobachte immer wieder bei Klienten wie auch im Selbstcoaching, wie genial der Ressourcenfokus wirkt. Dass er im Alltag weiter wirkt, dass mehr Lösungen auftauchen, Gelassenheit wächst und kreative Ideen zunehmen. Die Achtsamkeit auf diese Wirkungen ist übrigens wichtig. Also beobachte auch nach dem Selbstcoaching bei dir selbst kleine positive Veränderungen und Wichtig! Feiere sie! Mach es so, wie du es auch deinen Klienten empfiehlst. Aktiviere im Alltag immer wieder bewusst deine Ressource und deine neuen erarbeiteten hilfreichen Sätze. Einen hilfreichen Glaubenssatz zum Beispiel mit dem Anker. Behandle dich beim Selbstcoaching genauso mit Wertschätzung und Achtsamkeit, wie du es bei deinen Klienten tust. Das kann ich einfach nicht oft genug sagen. Lass keine wesentlichen Schritte aus, vor allem nicht die Ressourcenaktivierung. Mach dir Notizen, genau wie bei deinen Klienten, damit du später sie nochmal zur Verfügung hast. Und dann erfährst du die segensreiche Selbstregulation deines Gehirn- und Nervensystems durch EMDR am eigenen Leib. Eine bessere Basis für gute Begleitung deiner Klienten kannst du nicht haben. Willst du auf dem Laufenden gehalten werden über die neuen Beiträge und Termine für die Online-EMDR-Coach-Ausbildung? Die Termine für 2021 stehen schon. Als Empfänger des Newsletters erhältst du sogar Zusatzinfos und erfährst als Erster von neuen Beiträgen und auch den Terminen und Angeboten. Klick also hinein in hotify.live slash newsletter und trage dich ein. Mach's dir leichter, anderen zu helfen, auch online. Deine Katrin Ich freue mich auf dich. Bis dahin, tschüss!